Die Expo Real ist der herausragende Leuchtturm in der Immobilienbranche. Hier kommt wirklich jeder her, der in Deutschland irgendetwas mit Immobilien zu tun hat. Unser Bankhaus finanziert Wohnimmobilien im gewerblichen Bereich, im wesentlichen Büros. Und unser Angebot richtet sich natürlich an private Investoren, die sicherlich überwiegend im Wohnimmobilienbereich unterwegs sind. Wir sprechen aber auch den professionellen Immobilieninvestor an, angefangen vom Projektentwickler, den wir in der Entwicklungsphase des Projektes begleiten. Wir sprechen Bauträger an, denen wir in der Bauphase mit Finanzierungsmitteln zur Verfügung stehen. Und wir richten uns auch an Investoren, die sich langfristig in Immobilien engagieren. Dort können wir langfristige Kredite bereitstellen. Oder wenn es um besonders langjährige Zinsbindungsfristen geht, oberhalb von zehn Jahren, greifen wir auf die Kooperation mit unserer Muttergesellschaft, der Signal Iduna, zurück. Ich liebe an meiner Arbeit den Freiraum, den Umgang mit den Kollegen, der sehr freundschaftlich und kollegial ist und letztendlich die Interaktion mit unseren Kunden. Und das positive Feedback, was ich immer wieder von unseren Kunden bekomme, das ist ein echter Ansporn für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017